Ich bin entweder aus seiner Wohnung oder in der Katze Vielleicht hat Oschi wieder die Wohnung angezündet Was, Oschi muss zündet seine Wohnung an? Gelegentlich Ach, so ist er, so kennen wir ihn Merklings Macht der Schwanz aua? Oh Gott, ja Darf man nicht stehen Oh nein, meine Gruppen heilsauber sind Flächensauber Das ist echt blöd Bleibt der jetzt so in die Richtung? Ja, der Boss bleibt so wie er jetzt steht Okay Bleibt alles so wie es ist Ego Ich mach mal Hymne Ich hab Chandra nicht in Range Ja und ich hab wohl mir angezeigt und dass ich's hab Auch nicht? Ich auch nicht Dann ist er tot Dann ist er tot Vielleicht kommt noch mal in Atem, pass auf Was explodiert denn da immer? Ich muss ja eigentlich auch die Übersetzphase anfangen Bei Rot und auf der gegenüberliegenden Seite wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz Ja Aber es schaut aus, dass sie nicht zu sehr knubbeln, weil halt auch diese Maden irgendwo spawnen können Ja Ne, Maden und Käfer Keine Ahnung, ich hab gleich viel besser aus verteilt zu stehen Am besten so wie ihr vorhin gestanden habt Ja Aber die Boss Guides sind halt alle auf einem Beta-Server noch gelaufen, ne? Ja, klar Das macht schon was aus Ich mein, das sind jetzt ja auch keine super neue Mechaniken, also Ey, was wollen sie sich auch ausdenken? Ich mein, das Spiel gibt's zehn Jahre oder wie lange gibt's das denn seitdem? Ja, zwölf Gibt's nix neues Guck mal wie viel unserer HPS runtergegangen ist Das ist krass Aber Der erste Atem kommt gleich Echt ordentlich was imstande, sag ich mal Jo Danach wieder zurückgehen Wo ihr grad gestanden habt Ich muss mir auch mal ein Damage wieder irgendwann zumal installieren Ne, das ist also Damage-Koll Damage-Koll in dem wir ja nicht Nö, doch drauf kommt's gar nicht an Ich hab doch smooth, mein Damen Aber ich will doch DPS-Mode machen Atem kommt? Eigentlich nicht Ich hab trotzdem bald kein Mana mehr, lustigerweise Ja Dann den Flächen wieder ausweichen Ich glaub es ist nicht so schlimm mal eine Fläche mitzunehmen Wie von der Mana getroffen zu werden Allerdings Ne, das auf jeden Fall nicht Was sterben die Leute denn hier? Ja Ja Aber wer frei Ich glaub ich würde es doch wieder gestackt hinstellen So heilig grad irgendwie nichts Ich hab trotzdem kaum Mana Ich hab trotzdem kaum Mana Ich weiß nicht, was kommt Ich steh mal tot Da Ah, da kommt die Furchtbrett-Rank noch dazu Ich hab böses Leck Ich hab böses Leck Das ist doch ein gutes Leck Oh, der Böse ist schon sehr stark Oh, ja, hört zu reden Das war in der K-Leitung Ja, nein Was liegt? Hört ihr mich noch? Ja Hallo irgendwo Ich stort Nein, das ist jetzt natürlich gar nicht Ich bin schon mal im Leben, du Ich bin immer noch im Leben Das ist ja toll Ja, dann muss ich noch hier kommen wohl eng Ah, das ist richtig Wir haben jetzt sowieso nochmal die Überdanksphase Es ist ja engl jetzt, jojo Also nochmal ganz genau aufpassen Ich bin kaputt gegangen Ja, du bist kaputt Alles andere kann ich machen Skype und alles andere Nur WoW ist ausgefallen Ah, f*** die Henne Neee Ich die Henne Ich meine Henne Was ist los mit dir? Das Video ist im Arsch Die große Hitbox, das muss ich mal ausnutzen Guckuck Ich weiß, ob wir wirklich jetzt da komplett kommen Ja, sägern 6 Minuten Sechs Minuten? Zählt dein Aton immer weiter rauf? Ja Nee, bei mir sind es gerade echt Minuten angezeigt geworden Okay Bei mir sind es 3,45 Also, ja Insgesamt Und der Dreh durch Der geht down, die Sau Ui, gibts ne Fotos? Gibt's ne Fotos? Jetzt holt mich jeder Nichts Ich Ich Erste Puss ist tot Am ersten Raid Abend Wahnsinn Ja Wir sind aber auch krass Ich bin Ich bin Ich bin